Hallo Leute! Ja, Mario Kart 64 will weiter mehr auf werden und wir machen das diesmal mit. Richtig, mit Yoshi und der Star Carp! Yeah! Ich hab jetzt den Sound ein bisschen lauter gemacht. Und das wird richtig spannend jetzt! Bipi! Wieder verkacken wir mit Yoshi und fahr los Yoshi! So. So, da wollen wir mal. Jetzt. Jetzt geht's hier ab, ja. Yoshi! Wir sind sechs da. Das geht doch nicht. Bowser, du bist dran. Yay! Da, jetzt hat er mich wieder überholt. Schon wieder Wario! Nein! Verdammt! Aber die, die Strecke wird ziemlich lange gehen hier. Weil, das ist auch eine ziemlich große Strecke hier. Also, vielleicht zu sechs Minuten. Was wollt ihr beide von mir? Nein! Schon wieder kein Ite. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Ah, Yoshi! So. Und rüberfahren! Und geschafft! Dö, dö. Dö, dö. Ja, ey, mein erstes Sitium! Ey, Bowser! Ja, ey! Mein erstes Sitium! Yay! Wario ist schon mal weg! Aber wir sind jetzt schon fast bei zwei Minuten! Ja, ey! Ja, ey! Oh Mann, 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 Mann! Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu laut gemacht! Yay! Gewisch! Super! So, zack, zack! Und noch mal! Yay! Diesmal habe ich ein bisschen Ruhe, glaube ich! Dit, 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 dit. Yay! Aber ey, jetzt ist es endlich endlich! Also, jetzt muss ich auch fassen! Jetzt kommt hier eine scheiß Kurve! Und die liegen noch von der Handel! Boah, geil! Ausgewischen! Boah! 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 Und runter! Und da ist es auch schon! So! Ich bin aber immer noch in Ruhe! Ich habe immer noch in Ruhe! Nein! Nicht nach vorne! Nicht nach vorne! Wehe! Yeah, ich habe jemanden getroffen! Jetzt kommen sie schon wieder! Boah, das fette etwas! Verdammt! Boah, die sind beide genau hinter mir! Und letzte Runde! Jetzt ist nochmal die ganze... Ich bin jetzt bei drei Minuten! Also, ich werde lange gebrauchen für die Manage hier! So, jetzt los, Joshi! Topspeed hier! Zack, zack! Jetzt hier lang! Gut, Joshi! Sehr gut! Machst du klasse! Bin so stolz auf dich, Joshi! Und wir haben Ruhe! Ey, das erste Mal habe ich die Zeit bekommen! Nein, nicht wirklich! Lasst mich in Ruhe! Boah! Boah! Oh, oh! Geh weg! Uff, uff! Jetzt könnt ihr kommen! Einsen! Einsen! Oh, der wäre erstmal weg! Yay! Und jetzt! Ja! Wir haben's geschafft! Leute! Wir haben's geschafft! Die lange Schrenger haben wir unter uns! Cool! So, Bild Land! Wow! Super! Und jetzt weiter! Zack, zack! Ey, geil! Und? Hahaha! Erwischt! Aber perfekt erwischt! Und? Yay! Wiederwischt! Yay! Jetzt haben wir wieder... Aber erst mal Ruhe! Das ist gut! Wenn ich Ruhe habe! Nein! Oh, du Scheiß! Du blöder Pinguin! Wu! Haha! Und? Yay! So, jetzt hier. Oh, super, klasse, geht doch. So. Wow. So, du schon wieder. Wo kommt der denn auf einmal her wieder, der Bowser? Helt mir aus dem Weg. So. Und. Yeah. Ja. 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 auch geschafft 18 punkte das ist sehr gut und wir sind erst 8 minuten aufnahme das ist noch viel besser wir kommen zur künftlichen rennstrecke die 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 gepanzert hatte die sprichwort und witz und wieder haben wir ruhe vor den zwei nicht lange Ah, schon wieder, du! Und? Warte mal. Guck mal, ich schaffe. Uh! Und? Schade. So. Du, Stress! Yay! So, wer ist zweier erster? Ich, nicht du! Lass mich doch mal in Ruhe. Du scheiß Bowser! Du gehst mir so auf den Sack! Die beiden stressen gerade. Da war sowas von. Yay, ich hab mich überhin getroffen. Wer es war, weiß ich nicht, aber ich hab wieder einen kleinen Vorsprung. Das ist gut. Yay, und nochmal. Oh, oh. Verdammt! Den Ball tippen wir auf. Sag ich doch, der kommt schon wieder. Ah! Boah. Mann, 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 ist das spannend, Mann! Ah, zehn Minuten. Gut. So. Du schon wieder. Und? 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 Ja, geschafft! Oh, der kommt gleich schon wieder, der Bowser. Oh, nein, oh, nein, nein! Oh, vierter! Verdammt, was war das denn? Oh, jetzt können die mich überholen. Oder? Ja. Oh. Oh, scheiße. Yoshi, wir müssen gewinnen und nicht letzter werden. Danke, dass sie mir was übrig lässt. Oh, legt mich doch! Legt mich! Oh, ey, was soll denn der Rotz hier? Oh, ey, was soll denn der Rotz hier? Ey. Ey, ich bin siebter, hallo? Jetzt krieg ich wieder nichts. Barrios Erster. Okay. Aus dem Weg. So. Ich bin Erster hier, niemand anderes. Man sieht, dass ich Emulator spiele, weil, ganz einfach, weil diese, die Blöcke nicht die Originalfarbe haben. Mann, Bowser! Meine Frisse! Ja, Yoshi, fährst du bitte? Es geht hier gerade um das... Oh, nein! Ey, was ist denn das? Geht doch! Boah! Boah! Meine Fresse! Haha, wir haben gewonnen. Ey, Bowser hat gerade gestresst. Aber sowas von. Der hat wirklich gerade gestresst. So. Endsequenz. Wir haben gewonnen. Ich bin so glücklich. Ja, das bin ich sehr. Ja, das ist Avi本 Wasser. Cool. Geschafft. Zwar mit nicht mit den ganzen 100%. Aber, naja. Wir haben es geschafft. Geschafft, 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 wir haben's geschafft, der leckt mich doch am Arsch, da verkackt immer der Sound ein bisschen, aber wir haben es geschafft. Und danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Part, liebe Leute, tschüss.